Mein Name ist Christine Tanner und ich zeige Ihnen heute die Übung Zurück und Zurück aus dem Entspannungsteil von Hormon-Yoga. Diese Übung hat drei Vorteile. Erstens mal gibt sie sehr viel Energie, zweitens auch schöne Arm- und Brustmuskulatur und drittens entspannt sie und reduziert Stresshormonwerte. Zunächst mal zur Atemtechnik. Sie atmen nur durch die Nase ein und durch die Nase aus. Sein Mund ist dabei, geschlossen. Ich mache es mal vor. Beim Einatmen geht der Bauch nach vorne, beim Ausatmen geht der Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zurück. Wir machen es mal gemeinsam. Nun die Armhaltung dazu. Die Finger werden so eingeklappt, berühren aber nicht die Hände. Der Daumen geht nach oben. Ich drehe mich nun etwas, damit Sie mich besser sehen. Die Arme sind in der Verlängerung der Schulter. Und jetzt gehen wir mal mit dieser Haltung Daumen nach hinten zurück und machen von hinten nach vorne eine Kreisbewegung aus dem Schultergelenk. Und wieder zurück und zurück und zurück. Jetzt lassen wir den Daumen hinten und fangen an zusätzlich mit unserer Atemübung durch die Nase einatmen und ausatmen. Sie dürfen ruhig weitermachen. Machen Sie es eine Minute lang, zwei Minuten lang. Sie profitieren für Ihre Gesundheit, für Ihre Vitalität. Mehr darüber fallen Sie auf meiner Homepage www.hormon-power.ch. Ich freue mich auf die nächste Zeit mit Ihnen zusammen. Auf Wiedersehen.